Die Jungs versammeln sich, Trainingsanfang hat sie noch mal eine Runde, schwirrt sie noch mal ein, also mehr kann er ja bald nicht machen. Und dann wollen wir sehen, was gegen gegen Rostock läuft. Ich hoffe, das haben sie alle begriffen. Die Chance ist sehr groß. Wir müssen gewinnen, aber die anderen müssen auch gewinnen. Also es wird ein sehr interessantes Wochenende. So ist das. Alles klar. Hier haben wir die ganze Schulklasse. Hört ihr das? Das geht ja mit den Kindern hier. So, jetzt machen sie eine kleine Runde. Und dann geht das los. Das sind dann die vorletzten Bilder hier aus Vorgsburg. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Ich melde mich nachher noch mal. Alles klar. Tschüssi. Und natürlich viel Erfolg in Rostock wünschen und wünschen die HSV-Fans alle. Aber wir werden sehen. Der Bessere möge gewinnen. Alles klar. Und ich hoffe, dass wir da sehen. Alles Gute. Tschüssi. Ciao.